okay freunde nachdem wir nun in dem raum gescheitert sind bin ich jetzt also noch mal hierher gegangen und jetzt gucken wir mal ob wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr an start kriegen hier als eben ich gehe mit billy vor weil er hier noch einen so ein ding hat das werden wir mal ausprobieren mal gucken ob uns das weiterhilft das war gar nicht schlecht das war gar nicht schlecht jetzt nehmen wir das hier treffen die überhaupt nicht oder was sind die völlig besoffen okay mein gott so hier haben wir also blaue kräuter was können wir denn mit blauen kräutern ist das nicht irgendwie gegen gift ich weiß es ganz ehrlich nicht haben wir mit ihr platz da blinkt auch irgendwas da unten oder sind das die blauen kräuter ich weiß es nicht können wir nicht mehr tragen rotes klaut blaues klaut wir müssen mal gucken untersuchen gegen vergiftung genauso war es genauso war es können wir überhaupt nicht gebrauchen meiner meinung nach zumindest nicht zum jetzigen zeitpunkt vor allem haben wir null platz das ist auch zum heulen es ist zum heulen ja gut ablegen ich weiß auch nicht den schlüssel brauchen wir den schlüssel noch mal irgendwie okay das war nur das andere blaue kraut vielleicht können wir eins mitnehmen ich habe grüne chemikalie ins mischset gegeben was habe ich denn jetzt gemacht was die grüne chemikalie haben sie bereits was oh was ist das denn was habe ich gemacht ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht was ich gerade gemacht habe hier was habe ich gemacht grüne chemikalie ins mischset gegeben so da um ist grüne chemikalie chemikalie verwenden kombinieren untersuchen im behälter befindet sich ein befindet sich eine grüne chemikalie ich kann auch nicht mehr anscheinend hat sie eine neutralisierte wirkung bei giften ja gut das ist klar also verwenden will ich es jetzt nicht irgendwie haben sie bereits naja gut okay vergiften also keine ahnung was uns das jetzt bringen soll ganz ehrlich gesagt und erste hilfespray gott sei gepriesen wenn ich das einfach mal so sagen darf hier ablegen wer kriegt das first aid spray was auf der regal steht medikamente sie sind alle da mit nutz und das ist ich will das ja okay verwenden er oder sie alles klar sie ist also zumindest wieder gesund und hier haben wir notizen notizen der ersten untersuchungseinheit die durchsuchung der anlage zeigt dass viele der chemikalen erhalten geblieben sind die lagerbehälter sind zum glück noch alle voll wir haben gerade erst begonnen und vieles ist noch unklar aber es scheint als könnten durchmischen der chemikalen neue substanzen erstellt werden die chemikalen sind überall verstreut nicht wegen des unfalls sondern in folge schlechter organisation wenn wir die anlage wieder eröffnen müssen wir ein system für den umgang mit diesen stoffen entwickeln auf der rückseite der notiz ist etwas gekritzelt rot plus blau gleich schwefelsäure grün und rot verdünner rot und blau schwefelsäure grün und rot verdünner na gott sei dank jetzt die frage sollen wir jetzt hier einen wenn ich jetzt rot und blau mache dann habe ich das rote nicht mehr was ich gebrauchen könnte wenn ich hier mal grünes finden würde verdammte hacke ich möchte gerne grünes kraut haben liebe freunde wie kriegen wir das jetzt organisiert vermutlich gar nicht laken sind voller blut das ist ja schön ok dann können wir hier wieder nur raus und zusehen dass wir grüne chemikale haben sie bereits ich weiß immer noch nicht was es bedeutet ja komm das macht hier alles keinen sinn alter verstaubter spiegel wir müssen hier wieder raus wir müssen das eine blaue da lassen wir könnten jetzt theoretisch zurück in die halle seh ich auch so da legen wir erstmal ein paar sachen ab aber was ist denn hier eigentlich noch ach du scheiße ok wir probieren es aber wir hätten ihn draußen lassen sollen wir hätten ihn draußen lassen sollen weil wir mit ihr jetzt gesund sind komm wir gehen nochmal raus falls da jetzt irgendwas ist ey weil ich hab jetzt keinen bock hier wieder ich hab keinen bock wieder zu sterben leute ehrlich so er bleibt da und mit ihr haben wir ja nur ein bisschen chancen vielleicht finden wir jetzt irgendwas grünes leute wir finden vielleicht irgendwas grünes soll das wir beide mal wieder ein bisschen drauf kriegen oder also hier links sehe ich schon munition ich weiß nicht was das hier alles ist aber es ist auf jeden fall alles kein grünes kraut da liegt ein schlüssel da liegt munition und es ist ein riesiges schachfeld hier wir können ja noch nicht mal die schlüssel mitnehmen weil wir absolut keinen platz haben dafür bedeutet also hier kann man übrigens überhaupt nichts machen ach doch hier kann man auch was machen ein schachspiel party endet anscheinend schachmatt ok wir können aber nichts machen wir können nichts machen was haben wir hier eine art gemälde das wollte ich aber eigentlich gar nicht wissen was ist das ich kann das objekt auf jeden fall nicht tragen ist klar hier haben wir einen schlüssel ah das ist ein ink ribbon oh das ist gut wir könnten ihn übrigens dann reinholen dann können wir das ink ribbon mitnehmen und können dadurch dass wir wieder ein paar speicherdinger gekriegt haben auf jeden fall einfach wieder speichern solange wir so viel speicher gedönse haben sollten wir es auch immer wieder nutzen hätte ich mal wie viel haben wir jetzt gekriegt dadurch also zwei stück glaube ich zwei oder drei ok hier ist auch noch munition nehmen wir können wir mitnehmen jetzt die frage können wir irgendwas hier lassen um dieses andere teil also können wir wieder nur blau hier lassen eigentlich wir lassen noch ein blaues kraut hier weil wenn wir das eine blaue kraut holen dann können wir das andere blaue kraut auch holen blaue kraut bleibt blaue kraut und rot kraut bleibt rot kraut so ist es nämlich ich weiß auch immer noch nicht was brauchen wir mit diesem anderen schlüssel eigentlich noch so was haben wir hier genommen was ist das napalmgranaten geil das können wir mit dem das können wir bestimmt mit dem granat mit dem granatwerfer nehmen würde ja auch sinn machen ok sonst haben wir hier drin nichts gemälde hier staub nicht zu erkennen globus kaputt ist alles nichts neues hier Schachfiguren können wir diese Schachfiguren hier irgendwie ah wir könnten können wir da Schachmatt hier ah wir können ok macht das Sinn so das Schachspiel ist Schachmatt da drüben ist der Turm die sind da der Turm ist da jetzt gucken wir mal hier müssen wir glaube ich das hier machen genau und das ist gerade falsch glaube ich nee warte mal das ist gar nicht falsch das ist gar nicht falsch ich kann das auch gar nicht richtig erkennen was hängt denn da hinten in der Ecke ach nee wir müssen nur wir müssen nur den König da auf die auf die andere Seite kriegen aber dafür muss der da erstmal weg alles klar das war richtig kacke er muss hier raus ey das ist ja ah wir hätten das Blaukraut nehmen können äh alter ey mal ehrlich jetzt sind jetzt beide vergiftet vergiftet ok wenn er jetzt stirbt mal ehrlich raste ich richtig aus wir nehmen jetzt ganz schnell das Blaue wir können es nicht nehmen weil wir irgendwas wieder in der Hand haben es ist zum Heulen wenn der Edge stirbt mal ehrlich ich raste komplett aus ich raste aus ok er ist nicht mehr vergiftet jetzt schnell sie ablegen das war's Freunde ich bin am Ende ich bin am Ende ich habe keine Ahnung wie es wo ich bin und was ich da jetzt wieder alles machen muss das wird jetzt eine lange Zeit bis dann es in der nächsten Folge dann weiter geht das wird viel für mich jetzt werden aber wer konnte denn ahnen dass da Gift rauskommt Leute ehrlich mal oh das macht mich wahnsinnig dieses Spiel es macht mich einfach wahnsinnig dass man auch fast immer nur tot ist man kann nichts mitnehmen man kann nichts tragen das nächste Mal werden wir schlauer sein Freunde trotzdem wieder mal danke fürs Einschalten und so ihr wisst es ich freue mich immer wenn ihr einschaltet schaut doch immer mal bei uns vorbei in den anderen Let's Plays da ist auch viel los ähm Däumchen nach oben wir freuen uns immer drüber truemadgamers.de äh ihr wisst Bescheid bis zur nächsten Folge Resident Evil durchdrehen mit dem Negro macht's gut gute Nacht was solltet es für die